Statt Nummer 7, durchgehend von einer Gruppe. Da ist ein starker Volk. Da ist geschlossen, mit dem Aufmerksamkeit nicht zu gehen. Da kommt ein Leinenhauf rüber. Dann setzt du ein Stoppenkommando noch zum Sitzen. Das müsste ich beim Dirk selber machen. Das Ganze ist exakter. Das ist befriedigend. Der Abruf macht es sehr gut. Es geht aber etwas zu früh. Der Unterführer reagiert dann. Aber du müsstest noch etwas besser warten. Dies ist in der Ordnung. Es ist noch vorzüglich. Der Hochsprung ist ein leichter Dusch. Und etwas geschlossener Volk. Und nach dem Sprung ist der geschlossener Volk. Der Hochsprung ist etwas kraftvoller Sprung, damit er nicht duscht. Es ist noch gut. Der Weitsprung, da geht es ein starkes Volk. Es ist wesentlich geschlossener Volk. Und beim Anhalter sich schneller absetzen. Das ist noch gut. Der Gesamtaft war gut. Sechs und achtzehn Punkte. Okay.